... richtig gute Fußballfrauen, die gibt es auch in der Bundesliga, beispielsweise beim Hamburger SV, eben nicht nur bei den Männern, sondern auch die Frauen spielen Erste Liga. Judith Schulte-Loh, die ist heute Morgen im Stadion, da gibt es heute Abend das UEFA-Pokalspiel der Männer, wie gesagt, Ajax Amsterdam gegen den HSV. Also Judith, muss man dich natürlich mal direkt fragen, was machst du denn da? Wie, was mache ich da? Ich erobere das Stadion zusammen mit den Frauen, das habe ich versprochen, das machen wir heute Morgen auch, auch wenn heute Abend die Männer hier HSV, Ajax Amsterdam aufspielen werden. Und es ist tatsächlich so, immer mehr Frauen spielen eine Rolle im Fußball. Beim HSV ist es inzwischen so, dass 50 Prozent der Fans weiblich sind. Hier im Stadion ist es immer noch so, hinter den Toren sitzen die Männer, die Fans, aber die Mitte, die gehört immer mehr den Frauen und natürlich auch den Familien. Ein Sitz hier übrigens kostet zwischen 20 und 50 Euro für das Spiel heute Abend. 58.000 Plätze, alles ausverkauft für heute Abend. Also Sport, ein lukratives Geschäft. Der heilige Rasen ist fertig, auf dem die Männer heute Abend spielen werden. Wir haben uns mal ein Trainingsspiel der Frauen, der HSV-Frauen, die in der ersten Bundesliga spielen, angeguckt. Auf welchen Verhältnissen die so aufspielen müssen? Das ist nicht ganz so ein heiliger Rasen, muss man sagen. Also grün, aber hat schon ein Tor für die HSV-Frauen. Gut gelaufen, kann man nicht meckern. Das ist der Training Achim Pfeifel, den Sie hier sehen, der seine Damen motiviert, dass sie hier richtig reinhauen. Köpper ist, ja, geht. Kopfball, wie ist das Spiel? Ja, doch, ganz gut. Es bringt uns auf jeden Fall sehr viel, weil die halt viel athletischer sind als wir und wir dadurch einfach viel spielschneller werden. Wie ist das Spiel ausgegangen? Wir haben 4-4 gespielt, war sehr erfolgreich eigentlich. Aha, unentschieden. Warum spielen Sie denn gegen Männer? Warum nicht gegen Frauen, wenn es ein Trainingsspiel ist? Ja, gerade wegen der Athletik. Die sind einfach viel schneller und wir müssen spielschneller, wir müssen handlungsschneller sein und schneller reagieren können. Und das hilft uns dann in der Bundesliga gegen die Damenmannschaften besser zu bestehen. Mein Eindruck ist, wenn ich mal hier hochkommen darf, dass der Platz ist ja nicht so sensationell. Wie ist das mit der Verletzungsgefahr, wenn man auf solchen Bolzplätzen aufspielen muss? Ach ja, also das geht. Ich denke, also das ist man ja auch gewohnt. Leider Gottes, weil es ja hier nun mal in Hamburg insbesondere das Wetter auch nicht immer allzu gut ist. Und dass ja, über dann auch entsprechende Bedingungen sind. Also man gewöhnt sich dran. Und ich meine, wer gut Fußball spielen kann, der sollte das auf jedem Boden können. Ich sehe aber schon bei dem einen oder der anderen einen leichten, ganz kleinen, neidischen Blick, wenn wir mal auf diesen Rasen gucken. Da mal aufzuspielen? Ja, wäre sicherlich mal ein Erfolgserlebnis. Wäre mal ein Erfolgserlebnis, ne? Herr Pfeifel, Sie trainieren die Frauen, die Damen. Gibt es einen Unterschied zwischen Frauenfußball, Männerfußball? Ja, also das ist das große Problem aus meiner Sicht, dass immer wieder diese Frage gestellt wird. Okay, eine andere Frage. Nein, wo ist der Unterschied? Ja, es gibt gar keine so großen Unterschiede aus meiner Sicht. Das eine ist Frauenfußball und das andere ist Männerfußball. Also unterschiedliche Sportarten. Man sollte die Sportarten nicht immer miteinander vergleichen. Das wird in anderen Sportarten schon lange nicht mehr gemacht. Und nach wie vor im Fußball ist es halt so. Und da sollte man auch mal sich weiterentwickeln und nicht immer diese Vergleiche anstellen. Lassen wir die Vergleiche. Sie haben aber auch schon, oder Sie haben ja auch schon Männer trainiert. Gibt es da, muss man Frauen anders trainieren? Wo sind da die Schwerpunkte? Wo sind die Stärken der Frauen? Also von den Trainingsinhalten ist es eigentlich identisch. Ich habe ja vorher auch Männermannschaften trainiert und da habe ich eigentlich von den Trainingsinhalten genau das Gleiche versucht umzusetzen wie bei den Frauen. Was ich sehr positiv finde, wenn man mit Frauen zusammenarbeitet, sie nehmen Dinge gut auf und versuchen auch, ja, die neue Dinge vor allem, neue Sachen, wenn man die einstudieren möchte, versuchen sie auch direkt immer umzusetzen. Das ist mit Männern mitunter nicht ganz so leicht. Die sind einfach dickköpfiger. Ja, da muss man immer durch, manchmal durch Wände durch. Und bei Frauen kommt man da ein bisschen schneller voran manchmal. Wir sprachen gerade die Verletzungsgefahr an. Ist die bei Frauen höher? Also jetzt nicht nur wegen der Plätze, sondern liegt es an der, ja, an der Konstitution der Frauen, dass sie aufpassen müssen, wenn sie mal richtig in Fahrt gekommen sind, dem Ball hinterherrennen und mit Kraft loszuschießen? Das ist ein Problem der Sportart. Die Kraftkomponente ist eigentlich eine unheimlich hohe im Fußball. Und ganz klar, konstitutionell von den Krafteigenschaften ist es eigentlich schwierig, über 90 Minuten auch das umzusetzen. Und ja, da sind wir eigentlich dabei, vor allem im Athletikbereich noch uns weiterzuentwickeln. Ich denke mal, das ist eine ganz wichtige Komponente, um das Verletzungsrisiko zu vermindern, dass man auch im athletischen Bereich, im Bereich der Krafteigenschaften sich dann noch weiter verbessert im Frauenbereich. Verbessern und daran arbeiten, ja, das wird man weiterhin tun. Ihnen erstmal für den Moment vielen Dank, weil 2011 ist ja die WM, die Frauen-WM hier in Deutschland. Da werden also die Frauen noch einiges zulegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.